Jo Leute, was geht jetzt? Willkommen zu einem Video heute mit Klixxer und Lucky. Hi! Hi! Wir wünschen wir heute irgendwie eine Runde Mindset. Wir machen heute die F5 und NoSpeak Challenge zugleich. Ähm, ja, wir machen das so professionell wie bei Minimi, Checker, Peuschi und so weiter, dem man einfach jeden trollen und irgendwas abbauen will. Oder wir spielen gerade auf Gomme und nehmen auf, also bitte verpissen Sie sich. Danke. Okay. Jetzt springen. Drauf da. Ich weiß schon, dass der Kegner ist. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Da unten ist noch einer. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir jetzt. Ich bin der One-Line-Profi, Alter. Ihr könnt mich hier nicht besiegen, Alter. Klegst du hier? Easy 2 Kills, Alter. Du bist der beste Spieler der Welt, Alter. Lass uns da rüber gehen. Da unten war noch einer. Stopp, da unten war noch einer, glaube ich. Ich glaube, der sneakt hier irgendwo. Ja, ich komme mit. Oder ist es noch eine Kiste? Ja, es liegt auch nimmer. Hä, aber es sind noch drei, also die Wagen kann das sein. Okay, der wird uns halt gleich in den Rücken springen. Hat jemand eine Hose für mich? Wo ist meine Hose? Okay, dann, dieses Video ist komplett verplant. Und falls jemand denkt, dass ich jetzt ein Fortnite-YouTube bin, ich da absolute Fortnite-YouTube-Spiel. Ich spiele jetzt nur mehr Fortnite und bringe nur mehr Fortnite. Ich hasse, Michael. Michael, das ist so ein Dreckspiel. Baaah! Erstmal übergeben. Nee, Spaß. Ich habe gerade so eine Sneak-Phase in Fortnite, was mir gerade Spaß macht. Stimmt's, Lucky? Ja. Baaah! Haa! Nein! Nein! Nein, Tim! Mal, Tim! Keine Ernst, Alter! Warte! Ah! Hey, warum triffst du nicht Lärmd an? Hey! Hey! Ich hab's Wasser runtergelassen. Warum sagst du denn nicht, dass du ein Wasser da lässt? Ja, ich siehste doch, Alter. Ja, wie denn? Jetzt mal, ich geh jetzt Minecraft installieren. Das hat sich einfach jetzt zum Video-Kritten gebracht. Hier ist Minecraft installiert. Ja, ja, gehen wir Minecraft installieren. Ah, ja, ich hab ja einen Hackler installiert, habt's recht. Oh, ich habe einen richtig coolen Titel für dieses Video. Peusche Mini mit Checker nachmachen. Ich bin Bastet, ich hacke, ich installiere... Oh! Ah! Lauf! Wir haben eine Stärke! Ja, lauf einfach! Jetzt mach einen Trick! Setz in diese Löcher, setz in diese Löcher, setzt Blöcke in die Löcher. Ah, ist nicht reingeflogen. Ah, wie kannst du eigentlich durch diese Löcher fallen? Hä, ich hab... Ich wollte so... Ich... Keine Ahnung. Ich kann es mal noch ausreden. Okay, Leute, bis jetzt gleich in der nächsten Runde. Bis gleich! Two thousand years later. Ah, ich komme. Ah! Was stimmt, dass das mein Cutter schneidet? Der Depp. Ja, ich weiß nicht. Das ist der... Der Domian. Ja, da sind aber mehrere Cutter. Warte mal. Ah, warum sieht der nicht gut? Er hat den halbes Herz. Ich hätte ihn nur schlagen müssen, aber ich dachte, er ist noch voll. Jo, Leute, sind wir schon in der zweiten erfolgreichen Runde. Die erste war jetzt grandios, super. Wir haben eine ganze Runde gewonnen. Das habt ihr leider noch nicht gesehen, weil wir alles rausgeschnitten haben. So macht man das heutzutage. Ähm... Ja, das sind immer die komischen Geräusche, die Lack immer vor sich gibt, wenn ihr mit mir aufnimmt. Ähm... Ja, checkt natürlich beide die zwei Vollpfosten aus. Link ganz unten in der, ähm... Beschreibung vielleicht verlinkt. Ich muss noch überlegen, ob es irgendwie passt, ob ich am guten Tag gut drauf bin. So gute Sekunden, Alter. Ich hab so gutes Equip, Alter. Ich könnte die ganze Lobby in Alleingang zerfören. Ja, da macht das doch. Dann gib nicht so an und baller sie jetzt. Sonst werde ich aggressiv, Alter. Sie kommen. Lauf. Klicksalag, hier. Der Fekt ist der Equip, dann meine... Wo, wo seid ihr? Ja, links. Ah ja, da. Wir brauchen eine Craftingbox. Hi. Hi. Ich bin so... Bin ich eigentlich so dumm? Sag hier nicht kämpfen. Ich warte hier vor den ganzen Mütz. Wir können ja urabschauen. Wir brauchen Blöcke. Wir können ja... Ah, die hackt nicht rein. Lauf, 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 lauf. Die hekt immer ohne Spaß rein. Lauf, lauf, lauf. Der läuft natürlich die Range seiner Mutterkarte auf mich. Ja... nicht auf dem Weg der Frau ist an den Kriegen es kommt er ein Ding weg das was das was er hat in der Verbrechen der hier ist doch zu haben die laufen und sich danach ich weiß wie du hast es gehört sich werden helfen hierher liegt doch das ist der Blinder hat jemand wirklich gut mit der Zeit weg der Brasse ich konnte uns 6 er hat sich an die Welt und die Worten der E-Kur und auf 20 er hat die gesellschaftliche blöcke blöcke ich ja doch ich hab blöcke ich wollte schon wieder den gegner machen wir müssen uns in gar das durch das durch das tut er kommt er können wir ihn wie wir wollen er will uns so weg kommen jungs warum kann ich nicht mal mit mir bleiben eine perle ja okay leute ist schon in der nächsten runde quick survival games einfach zu gut sind für die gegner oder sag mal so gedacht wir wollen mal die gegner mal gewinnen lassen so ist das schon den quick survival games und die leute rein hacken glaube ich also ich habe bis jetzt noch nie gesehen so ich habe schon die besten sachen kann mit teamen teams erlaubt okay wir machen dann fünferteam zu dritt steht dessen gegner wieviel leben habe ich es hat sich eine katze bitte bitte helf sie ich bin ein zinge seitdem ja so also noch nicht ganz gut aber jetzt bin ich gleich gut hinter mir ein folieer typ alter Ich hab auch mal Dating-Kipp bekommen. Oh, look at my range. Der hat die größte Range. Okay, der hackt, Alter. Wieso hacken die alle? Hä, es hackt doch niemand. Was ist denn los? Was ist denn los? Ah, lauf! Bitte geh, geh wieder, hilf mir doch, hilf mir doch! Das sind so Depp-Spiele, das ist... Wie kann man denn so dumm sein? Aaron mit Diabrus-Tasse und Steinschwert. Das ist doch ein cooler Modus! Ist ja auch cool, Leute, das riecht dich doch nicht auf. Spiel doch mal, ist doch nur ein Spiel! Alter, die müssen wir suchen, die müssen wir suchen und auf die Stats spielen. Okay, 24 Stunden in diesem Modus, mein ganzes Zimmer und Wohnwagen ist kaputt, ich sag. Ja, lass mal Challenge machen, als Bestrafung, so. Welches Spiel muss ich immer spielen? Ich guck, geh. Warte, ich hab noch einen Dreck-Spiel-Modus, der ist auch nicht dreckig. Jetzt, jetzt hab ich Angst. Ja, Speedwurzer könnte ich 24 Stunden spielen. So ein Dreck-Modus. Junge, der ist so langweilig. Den würd ich sogar richtig abfeiern, den würd ich sogar echt feiern. Leute, wollt's denn 24 Stunden im Speedwurz-Stream? Dann schreibt jetzt mal Hashtag Allrounder in den Chat. Hashtag Dreck. Ich spiel auch jetzt nicht Khorus, ich spiel auch jetzt nicht Khorus. Jawohl, Khorus, da musst du auch Khorus sein. Ich spiel jetzt wirklich nicht Khorus mit euch. Ich hab gestern Khorus. Warum jetzt? Wir haben Rosenkohlen in unserem Team, Alter. Ich hab jetzt echt keinen Bock auf Khorus, sorry, weil da lief ich jetzt gleich. Khorus. 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 Khorus.